Nächster Sammutter 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 Wo ist der? Ne, ist der mit dem Tankhunter Wo ist nur Half-Life Gott, ist so viele Leute Oh, die schätzen hier viele Leute Tausend Medics What the fuck, Junge Guck das, Mann Die werfen sich einfach die ganze Zeit Leute Holy shit, Frederic What the fuck Wie viele Nades, die zugefunden haben Ja Da waren, da waren einfach Gefühlt 8 Leute Hinter dieser Kante da, ja Bei der Flagge in dieser kleinen Mauer Medics einfach haben gesagt, alle Leute wiederbelebt Oh Gut, dass sie einfach eine Abzugkämpf gegeben haben I like Hm Die wieder dahinter Oh nein Oh nein Oh mein Gott Der liegt Warum auf den Lightning schießen Wenn man auf den Medics schießen kann Man kann es ja nicht lockern Äh Das ist völlig, alter Wer hat verstanden Hm Unsere Sportmatch Kämpfen hinten an den Schienen Also dahinter Und snipen von da aus Boah Erstmal kicken Also beide Ja Eigentlich ist alle so weit Ja, der andere stirbt jetzt so Also Fuck Das ist Oh Damn Das ist Ich Oh Fuck das Oh Ich 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 Ja Ah lol das waren alles Gegner, das war kein Friendly Medic Ja ok ich find ich bin tot Ist irgend so ein Airburst Meister die die ganze Zeit damage ist Keine Chance Schon so viel damage gemacht da Oh mein Gott Oh mein Gott I choked Ja so Von einer schleißen die andere rennen gerade Ganz rechts kommt uns da scheinbar auf Grabt gerade unser ganzes Squatch Nachbrett wieder zurück uchsgült John ich bin 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 Sie sind In noch ein Vakuum in deiner Hellregel oder was das jetzt? Was ja jetzt 3 Leute mit dem 1 Magazine geschickt Wollen wir mal zurück hin dann? Ja 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 schon wieder What the fuck Ganz im Ernst So krank Ich hab jetzt gerade 4 Hellriegel hintereinander getötet Die Waffe ist so dumm einfach nur 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 Hallo 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 Ja 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 Hallo Da zieht sie irgendwie umgesetzt Keine Ahnung Die Waffe ist so dumm einfach 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 Ja Hier Hier Ja was im 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 man könnte meinen ich block mich professionell alter der die die das ist die 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 aus wir mussten dachten als wahrscheinlich der reichen von ihm damit Stimme sie alle und wir haben die Bedeutung der eine ist wie alt und der andere heißt Wir sind wieder zurück. Ich gebe das zurück. Oh mein Gott, im Ernst jetzt. Ja, Level 3 haben wir seine Zivilgottie. Oh mein Gott. Aber es hat ordentlich Leute auf D getötet. Sechs Stück. Oh nein, oh nein, jetzt bin ich hier unten gespawnt. Ich vergesse immer, dass man hier so kack gespawnt. Oh, oh, oh. Ich bin mal nicht schon geklirrt, als ich gespawke. Huh. Noch einer oben in dem anderen Haus. Half-Life hat er aufgetreten. Oh. Da unten gewählt keiner. Ne, der liegt oben. Da bin ich sirencht. Wir haben den Objective-Busfall verloren. Oh, da wird der Markkopf. Oh, ich hab den B-Hörer über den Rettungsraten. Oh, ich hab den Objective-Dun. Oh, ist nicht gut. Heißt, Team-Mates. Sie können Protect Me. Die Protect Me. Die Protect. Der hat mich aber komplett beschädigt. Der wollte mich wirklich haben. Hm. Der hat mich aber komplett beschädigt. Der ist im Dicke-Lift. Oh no. Irgendwo ne angemessene Reaktion in diesem Fall aus. Ich hab ihn in der Rettungsraten nicht bekommen. Oh, äh, hinter uns. Und einige Richter und Ehe. Kann man das verstehen? Wie der hinkommt? Geht los, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich bin irgendwie gefahren. Ich wette, da sind noch mehr. Ja, vorhin schon, da hatte ich auch schon zwei kaputt gemacht. Ich wollte sich eigentlich noch warnen. Ich hab das, was ist der auch. Oh, Julian. Hey, man. Okay. An enemy army train is on route. Uh, army train. Da werde ich jetzt schon gemörsert. Und das kommt noch der große Mörser. Hm. Der big boy Mörser. Wie gut geworden. Wie. Wir sind gekommen. Wir sind gekommen. Wir sind gekommen. Nein. Das ist das Schöpkan. Der zum Glück halt ich den gereft. Und der ist dann eh noch auf den gereft. Ach, netschHH. dann ist er dann kann er nicht und wenn es ein Glück und das heißt er hat wirklich eine komplette Schelle von ihm gefressen so muss es sein war ja eh nun random wir haben auch die Assaults ausgepackt ja sind von Maddix und auch die Assaults im Geschicht komisch warum nur Juli und warum bin ich hier das würde ich wahrscheinlich sonst so begibt wenn ich hier oben langfahre und Leidling keine große Bedrohung äh der Zugmeister schließt sich glaub ich an der normale auch der normale Fall oder wie viel der Boden besser unsere Gegner haben sie sich jetzt da auf eingeschüttet zu campen Fischmann Hüschung hütt das Haus der Fischung hütt das Haus klüßen man die ganzen Pleppen oder so auf mich schießt er nicht der große ha 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 Treffer braucht er in der Zeit Aber ich spürt uns was. Wie Düşman askeri görüldü. Alter. Der Fikta ulaşırız. Düşman askeri görüldü. Alter. Der Zugmörde gibt halt echt keinen Glück ne, dass du da bist. Ne, der geht auf die Leute neben dir. Ja. Letztlich ist der Elevator nicht. Na gut, gegen dich gar nicht ernst zu machen. Holy fuck man. Hat sich auch so. Er hat einen vom Pertgeschoss auf 100m. Vom lauten Pert. Der Defeatgun ist übrigens besetzt. Oh ja, und ja. Der Zug hat mich, irgendwie hat er mich angehilft um mich zu disablen. Das Wetter. Ja. Ja. Es muss immer die vielen Kanten sich einfach zweimal gemisst. Fuck. I'm watching over you. Oh Gott. Okay. Aussteigen und von außen werfen. Du gehst mal weg hier. Ja. 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 Ich bin gar nicht automatisch Leave. Ja. ine Rolle saß aber auf dir drauf. Whoa, look out. Das ist genug YOLO Is this how you YOLO? Oh mein Gott Das random Pferd Holy shit Suddenly Pferd Einfach nur Sorry, hast noch 200 Tickets für 4 Kills Das reicht Da ist der 120er Pferd WTF Okay, dann müssen wir an WTF Wir haben grad einen Pferd mit seinen Pferden Pilger-Speed Das wird immer besser Der war alles Gutes Mh Hammer Wir werden in den 1.0 Achbar-Modus Hast schon wieder von den Breagle 2.1 Holy shit Oh Oh Links war grad einer Oh fuck, ich bin ja auf dem Weg Nee, ist nicht mal gut Wir sind im Sack Gut, dass das Rollen jetzt schon wieder Ja, äh Das verrennt man sich Der Handy-Tag hat mir nicht Oh nein, da können wir nicht mehr Juhuuu Und wieder unter meiner Düsen jetzt grad eh Warum bin ich überhaupt an die Folge gekommen Keine Ahnung Wir holen zusammen Wir holen zusammen Aber gut, dass ich instant gespottet bin Nach dem Was ich gespottet Oh Nein Nein, 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 nein Geht kein Nebel oder was? Was? Geht kein Nebel oder was? Ja Ich weiß nicht wie ich mich da grad so easy sehen konnte Ich bin höher als du Ich erkenne nichts Was? Oh schon, Patrick Kein Gegner gespottet Kein einziger Jetzt, oh einer Ich bin safe, ich Naja, vermuten Jetzt wird auch keiner Oh mein Gott Jetzt habt ihr auch noch einen Elev-Light-Tag Mann, das ist so widerlich Er hat fast schon wieder Er ist einfach nur komplett durch Warum geht meine erste Pupel von selbst da aus dem anderen Leben? The fuck Kann ich Was? Okay Wie cool, als ist dein Kopf durchgegangen Ich glaube aus drei verschiedenen Winkeln habe ich den jetzt dreimal Habe ich dreimal Ricochet bekommen So kotzen einfach nur Kann man mit K-Bullets überhaupt noch auf Light-Tanks schießen?